Hallo und herzlich willkommen. Wir sind im Cerangeti Park angekommen und ich werde auch diesmal gar nicht so viel reden, sondern eher euch mit Bildern einfach mal diesen wunderschönen Ort zeigen. Deswegen bleibt einfach dran. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich hoffe euch, die Bilder haben euch gefallen vom CRM GD Wildpark und ich freue mich darüber, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen in einem anderen Video. Vergesst nicht, Daumen drücken und Abo dalassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, bis dann, Jungs!